Moin Leute, bevor das Video jetzt losgeht, möchte ich euch noch eine Sache vorstellen und zwar hat mir die Firma Austrian Audio ein Gaming Headset zugeschickt und das Ganze möchte ich euch jetzt erstmal kurz vorstellen. Das ist auch das erste Gaming Headset von der Firma Austrian Audio, die jetzt auch ein bisschen in die Gaming Szene einsteigen wollen und ich durfte das Ganze ein paar Tage testen und ich muss euch wirklich sagen, dass mir das Headset persönlich sehr gut gefallen hat. Erstmal vom Sound der Kopfhörer, ihr hört wirklich beim Zocken alles, was ihr hören müsst. Außerdem hat das Mikrofon für ein Gaming Headset wirklich eine sehr gute Qualität. Es ist ja auch gut möglich, dass der ein oder andere von euch gerade noch ein neues Headset braucht und dann kann ich euch wirklich nur das neue PG-16 von Austrian Audio empfehlen. Link zum Shop ist ganz oben in der Videobeschreibung, schaut euch das auf jeden Fall sehr gerne an. Moin Leute und damit willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal Piero. In diesem Video zeige ich dir, wie du jetzt 1,2 Millionen GTA-Dollar sehr einfach bekommen kannst in GTA Online, also bleib auf jeden Fall dran. Lass dem Video natürlich auch super gerne einen Daumen nach oben, da würde mich mega freuen und falls du es noch nicht getan haben solltest, dann abonniere jetzt auch ganz kostenlos meinen Kanal und mach die Glocke an, dann verpasst du keine Videos mehr, bist immer auf dem neuesten Stand und du hilfst mir auf dem Weg zu den 50.000 Abonnenten. Jetzt werden dann wieder ein paar Leute von euch gegrüßt, die im letzten Video einen Kommentar mit Hashtag Gruß geschrieben haben und hier geht einmal ein Gruß raus an Gio Seppe Vazalo, dann geht ein Gruß raus an XAD, ein Gruß geht dann raus an LeonRFM und dann geht noch ein Gruß raus an Reagieren. Ja und wenn du auch mal in einer meiner Videos von mir gegrüßt werden möchtest, dann lass doch einfach mal dem Video hier ein Like da und schreib einen Kommentar mit Hashtag Gruß. Und jetzt würde ich sagen, starten wir sofort rein in das heutige Video. Let's go! Ja und zwar gibt es auch in dieser Woche wieder richtig coole Methoden, wie ihr jetzt wirklich an 1,2 Millionen Dollar kommen könnt und das Ganze auch wirklich ohne einen Money Glitch machen zu müssen. Das Ganze werde ich euch in diesem Video zeigen und wir fangen auf jeden Fall mal mit der ersten Methode an. Die erste Methode ist nämlich erstmal das aktuelle Zeitrennen. Das hat eine Zeitvorgabe von 2 Minuten 4 und damit bekommt ihr eben 100.000 Dollar wirklich mega einfach. Das Ganze könnt ihr mit einem Supersportwagen oder eben auch mit einem Motorrad machen. Und dann kommen wir direkt zur zweiten Methode, dann nochmal 100.000 Dollar und zwar mit dem RC Bandito Zeitrennen ist das Ganze möglich. So bekommt ihr eben ganz einfach 200.000 Dollar. Problem beim RC Bandito Zeitrennen ist nur, dass ihr dafür natürlich den RC Bandito braucht und der ist ein bisschen teuer, aber so kommt ihr schon mal an 200.000 Dollar. Jetzt fragt ihr euch aber sicherlich, wie aus 200.000 Dollar 1,2 Millionen Dollar werden können und das Ganze ist auch wirklich sehr einfach. Und zwar geht ihr einfach nur auf den Play Store. In der Suche gebt ihr dann einfach GTA 5 ein und geht auf das GTA 5 Spiel. Dann geht ihr ein bisschen runter, bis ihr zu den Add-Downs kommt und hier könnt ihr euch wieder für den Monat Februar eine Million Dollar abholen. Und dafür braucht ihr dann natürlich PS Plus, aber so bekommt ihr dann die eine Million komplett gratis wieder in diesem Monat. Also falls ihr PS Plus habt und euch das Ganze noch nicht abgeholt haben solltet, dann macht das auf jeden Fall jetzt. Denn so könnt ihr jetzt gerade im Moment 1,2 Millionen Dollar verdienen und das ja wirklich in wenigen Minuten, auch ohne Money Glitches. Und das solltet ihr auf jeden Fall machen. Das solltet ihr schon von diesem Video gewesen sein. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Ganze gefallen hat. Wenn das der Fall ist, dann lasst dem Video doch einfach mal ein Like da und abonniere ganz kostenlos hier meinen Kanal. Und mach mal die Glocke an, das war es jetzt von dem Video. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Haut rein und ciao Leute.